Alter! Luzi! Wie hier die Cops kommen und ihn abknallen! What? Nein! Soll ich dir helfen? Bist du tot? Nein! Nein, bald, 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 wenn es so weitergeht. Okay, pass auf. Oh scheiße! Alter, nee, wieso, was? Wieso, gegen, wieso fahr ich jetzt gegen? Oh lol. Hab ich dich jetzt... Schön. Ich bin tot. Ja, super, klasse. Hab ich jetzt umsonst Cops erschossen oder was? Wieso stirbst du? Nein! Nicht auf mein Auto schießen, Mädel! Oh, come on! Jetzt bist du auch gestorben, oder? Ja, ich hab drei Cops mitgenommen, der vierte hat mich erwischt. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten GTA 5 Folge. Ein LBT zusammen mit Luzi und Kojan, relativ spontan aufgenommen. Wir haben einfach mal ein paar Rennen absolviert und haben dabei mal einen Knopf gedrückt und das ist bei rausgekommen. Bitte wundert euch nicht, die erste Folge bzw. das erste Rennen findet leider ohne In-Game-Sound statt. Da habe ich ein bisschen gepennt und habe vergessen, die Audiospuren zu stellen und das ist dann ab dem zweiten Rennen erfolgt. Also bitte nicht wundern, wem es nervt, der schaltet einfach weiter, spult ein Stück vor, dann ist auch In-Game-Sound vorhanden. Ansonsten hört euch einfach das Gebabbel an, was zu hören ist und dann wünsche ich euch viel Spaß. Macht's gut! Oh nein! Was denn jetzt? Lass mich hier raus, du Spasti, Alter! Oh! Soll mein Handy offen, ne? Wieso, du... wieso wirst du meine Karre abholen? Vor allem, wie ich seine Karre hier stehen sehe, ne? Ja, release die dann noch? Oh! Scheiße! Wieso habe ich denn jetzt Sterne? Ja, weil du auf den Hof einfach raufgegangen bist, ohne zu bezahlen! Wo bezahlt man denn? Am Tor! Am Tor? Ja, natürlich, du bist durch das offene Tor, das ist so nicht gewollt. Von Nicole... Oh, Lucy. Ja, ich hab's jetzt wieder. So, aber nehmen wir auf? Ich hab schon eingeschmissen. Du, ich wollt grad sagen, ich will nicht sagen, ich nehm schon auf, seitdem du... Ach, weißt du, du bist so ein Lappen, Alter. Ja, komm, nimm die Kurier, ne? Ich schließe mich dem an. So ein Lappen, ne? Scheiße. So ein Bongo, ne? Komm her rein! Ich bin Kurier und ich muss fünf Stunden Feuer aufnehmen! Ich bin Level 13, ich hab kein Leben mehr! Oh Mann, ey. Au! Ja, Lucy, du siehst schon so ein bisschen aus wie in Real Life, ne? Was? Ja, okay, mit der Sonnenbrille. Oh Mann, ich muss, oh Mann, mit einer Aufnahme hier rumknuspern, ey, ich bin auch gut. Mann, Mann, Mann. Oh, Alter, okay, jetzt geht's los hier, oder was? Oh, guck mal, was da rauskommt aus. Oh. Oh. Okay, okay. Ja. Blitzstart. Oh, wehe, 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 wehe. Oh, die Karin bricht aus. Oh, fuck. Ja, komm, go, go, go. Patrick ist hinten. Go! Okay. Ja, ich go. Den Lappen oder was? Oh, shit. Oh! Aua, danke! Einmal an die Mauer, bitte. Ja. Ja. Alter, was ist denn das für ein Kurs? Mit Sportkern und dann so ne Kurven, oder wat? Ah, ich krieg euch noch, kein Problem. Oh Gott, ja, ich hab das ja. Ja, ihr habt beide Handicap hier, nein, äh, ja, Vorteil. So, so heißt das. So Vorteil. Äh, Controller. Ja, das ist doch kein Vorteil, das ist, äh... Äh, ja. Das ist sogar ein Nachteil. Fuck! Ich... Pirouette. Go, 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 go! Oh, wer ist hinter mir? Ich, ich, ich. Ah! Ich schieb dich leeren. Nein, er haut ab. Oh, shit, der hat einen richtig fetten Abstand hier. Drift doch, Mann! Ja, sie nimmt die Kurve scharf, oder wat? Na klar. Wow! Wollen wir mal abdrängen? Nein! Oh, scheiße. Kein Fehler hier. Huh! Ah! Nein! Oh, die war gut, die Kurve. Oh, die war gut. Oh, Luzi, du machst das, oder wat? Jetzt in die Kommentare schreiben, wer es macht, okay? Jetzt auf Pause drücken und, äh... Und zwei Minuten warten, bevor es weitergeht, okay? Ey, come on, bleib doch mal stehen. Oh, mein Auge brennt, ich kann nichts mehr sehen. Alter! What? Alter, fuck it! Was ist... Oh nein! Nein! Alter! Oh ja, meine Chance jetzt. Fährt sie mir nach, oder was? Aber ich glaube, meine Karre ist von der Beschleunigung irgendwie... nicht so gut. Nein! Nein! Gibt's Hunde? Alter, mein Auge brennt, was ist los, ey? Ah! Das war bestimmt eine Mücke. Ja, ich glaube auch. Oh nein! Alter, Vater! Nein, 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 nein! Geh weg, Patrick! Geh weg! Geh weg, Alter! Katja! Nein! Oh scheiße! Oh, oh, oh! Oh nein, er hat mich... Nein! Scheiße! Jetzt mach ich mir Luzi auch noch weiter. Oh, Alter, du geil... Nein, geh weg! What? Alter! Alter, jetzt mach ich hier noch unverwegen Druck, Alter! Hör auf! Ich hab Puls schon wieder, ne? Puh! Ich schieb euch beide raus. Luzi! Ja, was ist denn... Ja, ich schieb euch beide raus, genau. Oh, überall diese Schilder, die bremsen, ne? Ja, das ist extrem bei mir auch. Ich bin Luzi! Ich bin Patrick und denke, ich hab was drauf im Rennfahren. Weil ich ein harter Spomko bin. Ja, und nichts kann. Oh, dafür, dass ich mich am Anfang gedreht habe, bin ich jetzt aber ganz gut... Oh! Ja! Oh, Alter, Katja! Du Bitch, Alter! Oh, geil, okay, super! Oh, scheiße! Oh, warte, oh, warte, warte! Hilfe! Da fährt sie mir einfach nicht rein, ey! Wow! Schnell weiter! Hilfe, 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 Hilfe! Oh, Alter! Nein, 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 nein! Nicht drehen! Oh, ja, gut, Luzi bist der Beste! Komm, komm, komm! Keinen Fehler machen, jetzt! Keinen Fehler machen, jetzt! Koyan ist hinten! Alter, Luzi ist schon ziemlich weit vorne! Na, na klar! Prämie! Oh nein, nicht vorm Ziel, Alter! Nicht wie letztes Mal! Nein! Nein, 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 nein! Alter Vater, war das eine Geburt wieder, ey! Nein, wo ist denn das Ziel? Nein! Was ist das denn? Alter, hab ich mir eine scheiß Karre rausgesucht hier, ohne Spaß! Oh, 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 das wird noch mal kapiert! Alter! Oh Gott! Oh, Alter! Das war doch mal kaputt! Du bist ja vorbeigefahren, ne? Ich bin vorbeigefahren, ich musste noch mal komplett wenden! Ich auch, ich auch, ja! Oh Gott, ey! Hu! Ei, 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 ei! Alter Vater! Die Karre war scheiße, die war richtig scheiße! Yeah! Weißt du was? Oder was auch immer das für eine Karre ist? Äh, was? Da gab es auch so eine Superkarre oder was? Was? Wieso Superkarre? Was hast du denn da genommen, Katja? Alter, die Karre sieht aber schnell aus! Ja, kein Superstarre ist! Ja, Patrick, vorne, come on, Alter! Scheiße, hab ich das Handy rausgeholt! Was ist denn los? Wow! Oh, na klar! Ich versuche gerade Krampfhaft Radio abzustellen! Bei Tastatur! Sag alles gar nichts! Jetzt! Scheiße, hab ich das Handy gerade! Ja, lass es ruhig offen! Lass es ruhig offen! Oh nein! Oh, come on! Komm zu Potte hier! Oh, scheiße! Ja, komm du die Lappen! Du machst eh noch einen Fehler! Oh, Alter, Katja! Deine Karre ist ja mega schnell, ey! Ja, aber die ist auch echt schwer da Kontrolle zu halten! Das scheint ein Audi zu sein oder so! Irgendwie ein Hacker-Tribble! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir haben vorhin auch eine falsche Karre gehabt, auf jeden Fall! Oh, jetzt können... Oh Gott! Nein, 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 nein! Bitte nicht! Oh nein! Ah! Naja, komm, haben wir uns gegenseitig in der Kurve geholfen hier! Ja, super! Super Teamwork! Ja, ja, super! Premium! Wo ist Koya 080? Oh, Luzi! Wo ist Elbe Koya 080? Wo ist Elbe Koya 080? Elbe was? Na komm, jetzt muss ich dich auch noch anschieben oder was? Oh, super gemacht! Ja, ja! Ich bin Koya 080! Na, Luzi! Oh mein, Alter! Was machst du denn? Bremst doch nicht so hart hier! Bremst doch nicht so hart hier! Na klar! Oh, ach! Ich will keinen Fehler mehr machen! Ja, wie einfach schneller ist, ey! Kann nicht so sein! Oh, die Kiste ist so übel! Natürlich! Oh! 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 Lol! Ich bin Koya 080! Ja, geil! Ja, ich komm hier nicht auf die Strecke, Alter! Nice! Du kannst auch respawnen, ne? Also auf der Tastatur ist das... Ja, hab ich ja gerade gemacht, das hat nur super lange Zeit! gedauert gerade! Geil, Alter! Ähm, ich fahr nochmal First Person, Alter! Scheiße! Merci beaucoup! Wow! Ja, also wir halten mal fest, das wäre ein ganz easy win gewesen für mich! Natürlich! Jetzt wieder letzter, ey! Ja, du, es ist kein Problem, ich bin eben die ganze... Ich bin ja nur First Person gefahren, Alter! Und das war der Fehler! Ja, machen wir! Ja, machen wir! So, jetzt können wir dem Verlierer noch zusehen, hier! Der auch noch die letzten Schilder entfernt hier auf der Straße! Nein, 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 jetzt ist nicht der Verlierer, es ist ja der dritte Platz! Ja, dritte Platz! Ah, okay, sehr optimistisch! Mhm! Was war eigentlich JP? Was sind das für Punkte? Äh, wenn ich das mal wüsste! Mhm! Fahrerpunkte eventuell! Wahrscheinlich werden uns jetzt alle, äh, alle flamen, ja? Wahrscheinlich! Äh, JP ist Japan, Alter! Oh Gott! Gestartet! Nein! Hier steht jetzt nicht so ne Chevrolet neben mir, oder was, oder was ist das für ne platte Karre? Links! Was? Was? Really? Das ist nicht dein Ernst? Alles klar, das ist mein Ernst! Oh shit! Oh shit! Wofür hatte ich Wittstein am Start? Oh lol! Guck mal wie die abgeht, die Karre! Ja, na klar geht die ab! Zäpfchen! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Endgeschwindigkeit ist in meiner Richtung! Oh nein, komm schon! Ah, beim Driften verkackt, ne? Bro, du hast so Glück, ne? Du bist, du kannst nix, kannst du! Du kannst nix, kannst nix, kannst nix! Jetzt hab ich verkackt! Oh mein Gott! Ne, ne, Patrick wird letzter, der kann nix! Ah doch, warte! Ich krieg die Karre hier nicht im Zaun! Okay! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, Patrick! Eieiei, das war aber ein Oberfehler hier, ne? Wir mitten auf der Strecke hier, das ist schon, ich muss sagen, fatal, aber... Oh lol, oh scheiße! Schon wieder nen Heckler erwischt, oder? Alter! Das ist ein Surfbrett hier auf der Straße! So fährt er sich... Oh shit! Come on, man! Come on, man! Geh doch aus dem Weg, geh doch einfach aus dem Weg! Ja, du bist doch... Ah! Guck mir an! Bistig, Luzi! Jaaa! Haut ihr euch weg! Haut euch weg! Gegenseitig! Oh, wie dicht sie schon wieder sind! Ich kann euch singeln! Wow! Jaaa! Jaaa! Mal wieder den ersten Platz hier eingenommen... Alter! Falsche Richtung? Alter, du... Du Stück Scheiße, Alter! Was geht mit dir, halt? Das ist bei mir falsche Richtung! Ich hab die Checkpoints angeblich da oben nicht mitgenommen, das ist ja Bullshit! Oh ne, ne? Was machst du denn, Katja? Ja, unten an der Autobahnausfahrt wurde auf einmal gesagt, falsche Richtung! Jaaa! Als wenn ich zurück gesetzt wurde, das ist ja... Kommt er gesetzt, ich kommt er zurück! Bringt jetzt eh nix! Hahahaha! Alter, Bro! Oh mein Gott, Alter! Loi! Hat der da einen Checkpoint gezählt, Luzi? Ja! Ne, ne? Doch, wieso? Das ist jetzt ein Scherz, Alter! Alter, ich muss noch mal zurück! Alter, du... Weißt du, du bist genau so weit weg gefahren an dem beschissenen Checkpoint, so wie ich, Alter! Never! Oh! Oh! Bisschen warten? Oh Gott! Geht's? Geht's? Bisschen warten? Ja, ich... Geht's? Du bist da gar nicht durchgefahren, Alter! Bei dir zählt er oder was? Alter, ich hab's in der Aufnahme oder was? Ja, ja... Ich hab Beweise, ich hab Beweise, ich hab geregelt! Boah, Alter! So! Oh Gott! Ja, gut! Das ist ein gemütlicher... Ein gemütlicher wäre Spazierfahrt hier, ne? Ja, fahr mal... Fahr mal... Fahr mal gemütlich weiter, nochmal ruhig! Ja, ja! Letzte Runde, ne, Korin? Boah, ich krieg die nicht ohne Kontrolle, die Karre! Wenn der aus, bricht's mich der aus! Mit Gegendenken ist auch nix! Zu fassi! Was hast du denn für eine Karre genommen? Dominator! Ah, ok! Guck! Witzig, komm gleich! Ja, ja! Wirst mich nur unter Druck setzen! Nämlich ein Unfallbauer, ne? Ja, ja! Ich komm doch mal! Ich komm doch mal! Auf der anderen Straßenseite oder was! Ja, ja! Guck! Und vor allen Dingen hast du mich einfach Unfall von der Straße gedrängt, ne? Na, das ist... Nein, das ist falsch! Ich hab gedriftet quasi und dann... hab ich halt einen Unfall gebaut aus Versehen! War nicht geplant, Bro! Spaß dir! Also ich bremse, du fährst mal einfach hinten rein! Das ist so Mario Kart Style, ne? Oder hier Snowboard Kids, Alter! Oh Gott, hör auf mit Snowboard Kids, ey! Wir haben X-Klust, ich weiß ja! Oh ja! Hm, ne, wie ist denn hier? Wir haben Merse! Das ist ein Problem Kids! Ja! Ihr seid schon am Ziel, ne? Mh, nein, fast! Ja, ich bin gerade, äh, das dritte Mal durchs Ziel! Ich hab jetzt letzte Runde! Verdient gewonnen, Leute! Hammernice! Boah, Alter! Ich bin gerade eh durchs Ziel! Verdient, sagt er! Verdient, ja! Verdient, ja! Verdient gewonnen, Leute! Könnt ihr mal bekommen! Verdient, ja! Hashtag läuft! Ja, Hashtag läuft! Hashtag läuft! Hashtag läuft! Ja, das mit den Punkten, das ist echt... Ähm, ich hatte das aber auch bei anderen schon mal gesehen, dass das, äh... Ja, aus... Dass sie... Dass der eine halt vorbeifährt, und der zählt, und bei dem anderen fährt er vorbei, und das zählt nicht. Mhm. Ja, bei mir wurde auch sehr, sehr spät gesagt, dass ich angeblich den Punkt verpasst habe. Wer wird denn jetzt angezeigt, die Westen das? Ach Katja! Ja, lol, danke! Aber die Karre ist so übel! Okay, Arm, Schatz! Habe ich denn noch? Nein! Hast du die Sekunden? Ja, natürlich! Ja, 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 ja! Wer stellt denn hier ein Auto ab, Mensch? Alter! Hätt die ein Laster gewonnen! Yeah! Geil! Also Gratulation, Luzi! Dankeschön! Gratulation! Trotzdem 610 HP! Yeah! Oh Gott, der Helme! Was ist das jetzt so da? Oh Gott, ne! Ach guck mal, er hat schon einen neuen, oder was? Wer? Patrick, glaube ich, oder? Ist das Zufall? Das ist doch kein neuer! Das ist doch dasselbe, oder? Wieso habe ich denn einen grünen da auf? Ist doch furchtbar! Passt ja gar nicht zum Motorrad! Boah, wehe, 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 wehe! Nein, 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 nein! Boah! Boah! Ist die Beschleunigung jetzt aus? Also hier aufholen? Der haut ab? Der haut ab? Ne, aufholen ist an! Okay! Ah, ist hinter dir kleben, ey! Ah, ist hinter dir kleben, ey! Nein! Oh! Wow! Nein, 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 nein! Abgehoben! Abgehoben! Ach, war das nicht gestern auch, wo du 15, 16 Fahrrad-Motorräder hatten am Start? Ah, ja, 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 ja. Das war die hier noch. Patrick down, oder was? Nee, 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 kam gerade nur ein Auto im Weg. Oh, bitte nicht! Oh, Gott! Ah, wer macht's wieder? Oh, nee, da steht einer hinter mir, ne? Mhm. Fakt mal mit, nein. Oh Gott, ey, fahr! Ach, komm, hör auf! Ich hab schon wieder einen verpasst, ey, das ist doch ein Huren-Game, jetzt mal ohne Spaß, Alter. Oh, Gott! Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Ach, Patrick. Ja, das ist doch schon Mist, ist das so. Bist du auch durchgefahren, ja? Hab ich zu... Nee, ich hab abgekürzt, wahrscheinlich. Oh, Leute. Das ist, das ist lame. Das macht kein Spaß. Boah! Boah! Oh! Oh, nein! Oh, Scheiße! Oh, nein, 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 fahr! Sonst fuhl dann auf. Oh, leil. Sturz am Start. Oh, fuck! Oh, leil. Du auch, oder was? Fast, ja. Oh! Oh Gott, warte, warte. Weißt du, ich dachte hier so früh, ne? Drei Easy Wins, weißt du? Drei Easy Wins, ja, ja. Erzähl wohl gerne, ne? Ah. Oh, Luz, sie baut mal einen Fehler da vorne. Ja, versuch's, aber ist irgendwie... Ich glaube, ist ja nicht so weit weg, aber. Wahrscheinlich, aber das war halt in die Kurve. Aber hier holt schon jemand auf, ne? Willst du mich verarschen, oder was? Ja, Leute, wenn ihr Skills sehen wollt, dann guckt nicht bei mir zu. Du hast es wieder angestellt. Oh, nein! Oh, Scheiße! Ist grad ein Auto vor mir direkt einfach so links rübergezogen. Loi, Zug. Loi, Zug. Zug? Was für ein Zug? Oh, das war ein geiler Abschluss gerade. Oh, das schaff ich gar nicht mehr. Patrick! Go, go, go! Jaaaa! Gippie, Mann! Gipp Gubi! Du bist voll gefickt, ne? Also eben grade war der Zug da. Ich musste außen rum fahren, damit ich überhaupt noch, äh, damit ich nicht gegen den Zug ballere. Oh, sieben, sechs, fünf. Das schafft er noch, das schafft er noch. Nein, nein. Oh, Alter, aber... Vor dem Ziel, oder was? Joll. Nie beendet... Nie beendet, das wird's hier auch nie sein. Und der steht unter im Start, ne? Start, Finish. Nie beendet, ey. Boah, Level 9, geil Nix Bitte? Nix Ja, aber nice Das üben wir noch ein bisschen, würde ich sagen Das musst du noch üben, Koyan Beste Runde, Katja, war eigentlich easy Nee, beste Runde hat sie hingelegt Letztes Mal auch schon 54, 9, 0, also, krass Ja, siehste, du bist ja der Kack Scheiße, wir müssen hier raus Ja, das klären wir noch Das werden wir noch klären, ja, irgendwann Anders mal Ja, bis dann Bis dann Tschüss